Sie sind es tatsächlich! Was zum... Was für eine Überraschung, Miss Diel. Nur Anna. Nur Anna. Sie sind hier. Ich war geschäftlich in der Gegend. Musste ein paar Dinge besorgen. Sind Sie frei? Ja. Womit kann ich Ihnen dienen? Haben Sie Kabelbinder? Kabelbinder? Ja, haben wir. Ich zeig Sie Ihnen, wenn Sie wollen. Ich folge Ihnen, Miss Diel. Nur Anna. Ist das alles? Klebeband. Wollen Sie renovieren? Nein. Wir haben 50er und 25er. Aber der vorbildliche Handwerker hat natürlich beide im Werkzeugkasten. Selbstverständlich. Experten findet man heutzutage selten. Darf es sonst noch etwas sein? Ja. Ein Seil. Beeindruckend. Pfadfinderin? Nein, organisierte Gruppenaktivitäten sind nicht so mein Ding. Was ist denn Ihr Ding? Ähm, ich weiß nicht. Bücher? Okay. Einmal Seil, Klebeband, Kabelbinder. Der perfekt ausgestattete Serienwörder. Heute nicht.